Wir durchleben derzeit einen Wandel der Kommunikationskulturen. Aber das wissen Sie natürlich, Sie absolvieren ja immerhin gerade einen MOOC. Ein wichtiger Aspekt von Kommunikationskultur im digitalen Wandel sind politische Verantwortung und politische Bildung. In den vier Videos dieser Lektion geht es daher um Fake News, Medienkompetenz und die demokratiepolitischen Herausforderungen einer zunehmend digitalen Welt. Zunächst darf ich Ihnen Dirk Lange vorstellen. Er ist Professor am Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität Wien. Sein Arbeitsbereich befasst sich mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Didaktik der politischen Bildung. Dort stehen aktuell zwei Fragen im Mittelpunkt der Forschung. Wie können Fake News in der Schule problematisiert werden? Und wie kann die Qualität von Informationen an Schulen, an Universitäten und in den Medien gefördert werden? Im ersten Video dieser Lektion gibt uns Dirk Lange einen Einblick in zwei Forschungsprojekte, die sich dieser Fragen annehmen. Die Kommunikationskulturen wandeln sich, bedingt durch die digitalen Medien, immer schneller. In meinem Arbeitsbereich, der Didaktik der politischen Bildung, interessieren wir uns für die demokratiepolitischen Herausforderungen dieses gesellschaftlichen Wandels und für die Auswirkungen auf die politische Bildung. Innerhalb des Themenspektrums Fake News, Informationsqualität und politische Bildung widmen wir uns aktuell in besondere zwei Fragen. Erstens, wie können Fake News in der Schule problematisiert werden? Und zweitens, wie kann Informationsqualität an Schulen, Hochschulen und in den Medien gefördert und gestärkt werden? Ich werde im Folgenden unsere Forschung zu diesen Fragen darstellen und abschließend resümieren, welche Schlüsse wir daraus für eine zeitgemäße politische Bildung ziehen können. Neue Technologien beschleunigen den Wandel von Kommunikationskulturen. Dadurch ändert sich auch das Verhältnis zur Wahrheit und der Umgang mit Fakten. Nicht alle Informationen, denen wir auf Social Media begegnen, sind faktenbasiert. Manches ist schlichtweg erfunden. Digitale Kompetenzen, die das hinterfragen, gewinnen deshalb an Bedeutung. Außerdem erleben wir eine starken antidemokratische Bewegung, die ein Interesse daran haben, Falschnachrichten auszusenden, Unsicherheiten zu schüren und einfache Antworten für komplexe gesellschaftspolitische Fragen zu liefern. So verbreiten sich auch rassistische, sexistische oder antisemitische Diskriminierungen verstärkt über soziale Medien. Auch Online-Hass wird gezielt eingesetzt, um den demokratischen Diskurs zu untergraben und Positionierung, beispielsweise von Frauen in politischen Diskussionen, zum Schweigen zu bringen. SchülerInnen müssen lernen, sich in diesen politisierten Kommunikationskulturen zu orientieren und als Digital Citizens zu handeln. Politische Bildung fördert und stärkt diese digitale Bürgerinnenschaft, damit das Politische in der digitalen Welt reflektiert und damit populistischen und diskriminierenden Tendenzen im Netz widerstanden werden kann. Unser vom Europarat gefördertes Projekt Digires Digital Resistance nimmt sich dieser Problematik an. Das Ziel ist, SchülerInnen und LehrerInnen für Diskriminierung, Indoktrination und Fake News in der digitalen Welt zu sensibilisieren. Dazu wurde zunächst der Einfluss sozialer Medien auf Politik, Zivilgesellschaft untersucht. So dann wurden kreative und digitale Methoden für die Auseinandersetzung mit Fake News entwickelt, um die digitale Kompetenz der SchülerInnen zu fördern. Als Produkt entstand ein digitales Handbuch für LehrerInnen, eine Lern-App zum Erkennen von Fake News sowie ein von SchülerInnen gemachter Podcast, wenn der Fake zur Wahrheit wird. Insgesamt konnten wir feststellen, erstens, dass der Bedarf an digitaler politischer Bildung sowohl bei SchülerInnen als auch bei LehrerInnen enorm hoch ist. Zweitens, dass innovative Unterrichtsmethoden wie die Podcast-Erstellung oder forschendes Lernen förderlich sind. Drittens, dass mehr zeitliche und materielle Ressourcen benötigt werden, um politische Medienkompetenz nachhaltig zu fördern. Neben der Frage, wie im Schulkontext Fake News behandelt werden können, beschäftigt sich unser Arbeitsbereich mit der Frage, wie Informationsqualität an Schulen, an Hochschulen und in den Medien gefördert werden kann. Aufgrund neuer Technologien, veränderte Arbeitswelten und globaler Umbrüche hat sich der Beruf von JournalistInnen und WissenschaftlerInnen und LehrerInnen enorm erweitert und auch erneuert. Unter zunehmend prekären Arbeitsbedingungen und dem Wettlauf gegen sich rasch verbreitende Informationen auf Social Media stehen JournalistInnen und WissenschaftlerInnen vor der Herausforderung, evidenzbasiert, zügig und ansprechend, aber zugleich auch kritisch zu kommunizieren. Auf welche Probleme stoßen Sie hierbei und was kann politische Bildung dabei bewirken? Diesen Fragen widmete sich das Erasmus-Plus-Projekt EWAM, Enhancing Research Understanding Through Media, das im Anschluss an das Projekt Digital Resistance entwickelt wurde. Um die Informationsqualität an Hochschulen und den Medien zu fördern, wurden Bildungsangebote an sieben europäischen Hochschulen entwickelt und bereitgestellt. Dabei konnte die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Medien gefördert, sowie die Informationsqualität im Hinblick auf forschungsbasierte Kommunikation verbessert werden. Als Ergebnis wurden Berichte zur medialen Repräsentation kontroverser Themen wie Klimakrise, 5G-Netz oder Flucht geschrieben und Leitlinien für eine evidenzbasierte Kommunikation von JournalistInnen erstellt werden. Außerdem wurden bildungspolitische Empfehlungen zur nachhaltigen Förderung von Informationsqualität an Hochschulen und in Medien entwickelt. Die Zusammenarbeit mit Schulen, Wissenschaft und Medien hat den Bedarf an politischer Bildung über die Digitalisierung sichtbar gemacht. Nicht nur Jugendliche, sondern alle Altersgruppen sind betroffen. Der Bildungsauftrag einer Digital Citizenship Education bleibt dabei ambivalent. Einerseits gilt es, die Potenziale und Gelegenheiten zu politischen Artikulationen in der digitalen Welt zu entdecken und darin zur kritischen und reflektierten Partizipation zu befähigen. Andererseits muss eine Digital Citizenship Education immer auch die Gefahren und Bedrohungen problematisieren, welche der Demokratie durch die Digitalisierung erwachsen.